Wir haben jetzt immer auf 30 runtergelockt hier wegen der Aufnahme. Oh mein Gott, jetzt muss ich doch. Wie geht das? Gar nicht. Oh Gott, ich hab eine Stimme auf A. Ben, fangen wir doch anders rum? Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich hab keine Kontrolle mit Keyword. Oh Gott, ich kann mal machen. Oh Gott, oh Gott. Oh geil, ich kann mal überall Neos machen und sie können das alle nicht. Ich weiß nicht mehr, wenn sie alle abziehen. Oh Gott, du kannst du Neos leiden. Wie macht man Neos leiden? Er kann kein Zuberein. Ben, hattest du dafür sein? Kurz anbremsen und dann nochmal voll durchziehen. Eigentlich nicht. Gehen wir noch von Neos leiden oder vom Kiffen? Wie, muss man Kiffen auch kurz anbremsen und dann durchziehen? Nee, aber das mit dem durchziehen hat mich gerade gefallen. Warum ist das besser, wenn man die Rückwerte leert? Weiß ich nicht. Na, wir fahren lieber doch nicht rückwärts, die sind nur eine Runde. Ah! Wir reden gar nicht unter Wasser, das heißt, einmal brechen und halten. Jetzt hab ich am Ende nicht aufgepasst, ob man es bringt, ob man noch direkt da hinspielt. Oh, Gado, hack spottet. Gib auf! Ach, David, Mann, hör auf, bitte. Mann, danke. Ach so, das ist Marios Map-Pool, okay. Nein, meine Camps fliegt jetzt in die Gegend. Ja. Ja. Mal schon. Ich glaube, wenn der da mitfährt, oder? Oh, Riolo zu spät. Ja, das ist Kecke, ey. Komm, lass den rein. Riolate. Ja, ich hab's dir gerade noch fertig gemacht, oder? Ja. Ja. Bisschen Wein und sowas. Wein, lass den Wein. Oh, ich bin noch mal, ey. Oh, ich bin noch mal, ey. Wer macht so ultra fass? Ja, die Map macht einfach nur betroffen. Hast du schon, ne? Ja. Also, ich bin noch nicht einmal gebürzt bei dir so? Ja. Nö, alles NoSlide. Doch. Ja, wollte ich gerade sagen, NoSlide, aber das war ja auch schon ein Slide, ne? Ich kann hiermit überhaupt keinen Slide machen. Das geht einfach nicht. Ich hab hier gerade geslided, Terry. Ja, ich auch. Das klinge ich nicht. Ich krieg das. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Die Map ist einfach zu gut. Oh, lol. 21 ist da. Oh, Gott. Oh, lol. Oh, ich bin geslided, hab ich das da gemacht. Oh, Gott. Oh, Gott. Hack, Mario ist hack detected. Und so? Boah, shit. Voyager lief's us. Und dann nach nem schicken Landing was. Oder Landing Feature. Ah, wie läuft der auch von Marios? Ich war irgendwie... 40 Mal nochmal. Der Wiolo. Ja, das ist... Wiolo. Der berühmte V-Fahrer. Die Chaos sind immer so schlecht organisiert, ne? Der Wiomens kommt jetzt. Ich war alleine. Oh, nein. Der Wiomens ziel. Ich glaube, ich fahr mit dem Toner-Caskin, ne? Ich fahr mit dem Kaskin von Toner. Ey, habt ihr auch gelbes Auto? Nein. Ich hab das... Alle Boxen. Ich hab das... Das... Da müssen die Leute alle boxen. Ich hab das Faker. Ich hab das... Ich hab gelbe Auto? Alter. Hauptsache, ich bin das Dreck von Bayern mit noch nie gesagt. Was ist das denn? Wie soll man damit passen? Was ist das denn? Ey, Aery, das ist mit... Kass dazu, ey. Jetzt ist es vorbei. Alter, was ist das denn? Alter, jung Auto. Raff dich. Ey, wie viele sind denn noch drin? Weißt du, einer? 25. Wie ist denn 20? 21 da. Das ist eh erst Warm-Up. Gedulds, Peter. Ich bin 20 da. Ich bin 20 da. Ich bin 20 jetzt die ganze Zeit über uns. Ja. Boah, ich bin so schlecht. Alter Auto. Ja, Boah. Ich hab Wotstein-Bug. 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 Ich bin gerade aufgefallen. Ich bin United nach dem Niemals. Die dort gefahren. Ich hatte von Anfang an gesagt... Ja, Wotstein-Bug. Please. Wotstein-Bug. 21 da geworfen. Bei 21. Ha, ha, ha. Ja. Aber den Mix hören wir jetzt durch, oder? Weil ich hab jetzt keinen Bock zu skippen. Ja. Ich hab Taumplot ausgemacht. 2.5. Was? Wotstein-Bug. 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 I miss drauf! Ja. Wir sind überhaupt nur 25, ne? Ja. 26. Jetzt geht's ab hier, ey. Wird man eigentlich mal auf die Kerber gekickt? Nein, Inspektäter nur. Das ist chillig. Easy Win of Desert. Dezenter Zweirad hier. Dezenter Zweirad. Gebackt, was? Gebacken. Ja, auf der Seite gibt's keine Bank, hat er mal. Achse gebrochen. Doch. Boah, ich hab noch keinen Fehl gemacht hier. Und schon wieder ein Gang. Nicht, nicht eine Wand. Sechundzwanzigster. Ich bin sechundzwanzigster. Lüg doch nötig. Harry, sechundzwanzigster. Ich bin sechundzwanzigster. 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 Ich hab gefehlt, ich bin in den Kacken. Ich hab ausgegeben. Ich hab ausgegeben. Alter, wie lang will das Intro denn noch sein? Oder geht der Mix-Speaker-Zeit so? Ich weiß es nicht, aber es ist gut. Zwanzigster. Ja, Mann. Ja. Dein nächstes Film. Ja. Mappel. Harry, du bist so schlecht. Echt wahr. Echt? Ja. Oh nein. Der ist... Der ist... Der ist... Der ist... Der ist... Woll! Ich wollte... Ich wollte gerade aus so komischen Pädos... Schreib mir nochmal alles selbst bitte. Ach du Scheiße. Ich bin out. Ich bin out. Ich bin out. Es im Callcenter. Ich bin out. Aber du hörst nicht einfach aus. Ja. Ich bin voll voll los. Oh. Nice. Alter. Kann man überhaupt finishen? Haha. Ja. Am Ende ist es... Nur wie YOLO fehlt. Ja. Was ist das denn? Komm nicht mal über den Sprung. Oh. Nein. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Das kennt ihr alle Mapps. Alter. Ja warum kennt ihr denn alle Mapps? Ja weil es seine Mapps sind oder? Eine Zone. Ja das ist alles. Ohhhh. Warte damit fahren. Ausgerechnet der Gerechtigkeit. Ich hab den Sprung auf jeden Fall. Ach Jeter man. Fix es. Fix... Fick euch alle. Das ist nur leider Bomber. Haha. Ja ich bin. Ja ich bin. Ja ich bin. Ich hab ich mache 27.8. Ja. Facken in zwei. Oh ja. Haha. 1v1. Wie kannst du gehen? Ja. Hab ich ihn heute ja geschlagen. Es ist für Springer's. Es ist für Springer's. Es ist für Springer's. Es ist Springer's. Ja. Es ist Stringtanga. Tanga what? Der random Schiff. Oh don't know. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Jetzt Konzentration bitte. Wo guck ich jetzt? Einfach vom Gas gehen. Wo guck ich jetzt? Am besten schon 5 Blöcke vor den Kläten. Da fahr ich immer viel zu lang. Violo. Aber ich bin schon mal mit Games. Wie soll ich das denn? Jetzt jetzt nicht drauf. Letztes Mal das Ding ist jetzt. Da hat's gar nicht. Ey wir holen mich wahrscheinlich auch noch. Oh. Schön gegen die Wand. Ich auch. Aber richtig. Die Zeitzeit gehen. Keine Ahnung wie haben sowas Spaß machen können. Oh ich weiß nicht wie Leute mit Keyboard Post fahren können. Ich fahr. Ich bin 23. Scheiße. Sogar Ultra ist vor mir. Soll ich mal Gas gehen. Ich bin irgendwo weiß nicht. 11. Aber ich stund da eben. Boah den hol ich mir noch. Alter ich bin raus. Ich bin raus. Neunter. Ich bin raus. Oh ja 14. Wuhu. Oh die krieg ich nicht. Zum Glück schaffen die. Alter was. Was ist das denn für eine Kacke? Nein Miso. Nein du bist vor Miso wahrscheinlich noch oder? Was ist da? Ben Verwalter. Warst du im Gebüsch oder was? Miso ist raus. Ne Miso finished. Wie hast du das denn bekommen? Fehlt da nicht noch einer? Ne. Miso. Miso. Es wird immer besser wenn ihr ein Violo nennt. Das ist die zweite Passaturfahrer ewig. Ja komm wir sind doch drin. Wir müssen jetzt ne. Ne geht der jetzt. Ja. Ja komm. Das war unnötig. Komm schick doch einer mal Marius die TS-Adresse bitte. Oh Gott wo geht's hin? Oh wie soll das denn fahren? Ja. Oh Gott. Ja. Ja rechtlich. Ja rechtlich. Ich seh das nicht ey. Oh fuck. Ich mach die Bähne. Oh. Also so schnell. Nein. Nein. Oh Gott. Oh ich hätte Motionbar oder sowas. Was auch immer das ist ausstellen sollen. Ne lass lieber an. Ich kann nicht denken. Ja. Das ist jetzt dein Problem. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da muss das. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da muss ich jetzt eins. Haha. Ähm. Was? Hier. Was? Was? Was ist das denn für eine Mippe ey? das kann doch nicht sein, ist das denn eine alte League Map? Ja, dachte ich mir auch. Ich glaube, es gibt eine Mappe für alle. Ich weiß nicht, was du denn bist. Rollen Heuli. Okay. Also ich wusste jetzt genau, ich wusste lange nicht. Einfach nicht die CP am Anfang vergessen und dann ist man so gut wie durch. Hab ich vergessen, scheiße. Oh Mist, ja, vergessen. Erstmal entfernen drücken. Alter, wie kann ich hier denn schon kacken? Ich bin wahrscheinlich schon wieder letzter. Oh, wohin jetzt? Links, also bis hier weiß ich nicht. Rechts. Links, rechts, links, rechts, oh Gott. Wir gehen hinter Phoenix. Nein. Oh, fuck. Der Rindwertmann ist nicht so gut. Boah, ich glaube ich kriege einen Muffin. Oh Gott, ich bin von der Hinschatz zum Arsch. Ich hab eigentlich auch schon ein bisschen Hunger. Die Muffin hat mir jetzt auch schon verdient. Boah, kriegt sowas von den Muffin ohne Witz. Ich krieg den Muffin, ey. Ich bin schon wieder falsch gefahren hier. Das sagen die immer mit dem Psycho, Muffin. Muffin. Alter, es ist schon wieder ein bisschen. Ja, Hack. Schleihack. Der Gewinster Aspekt hat noch nie gesagt. Sie hat doch alles seine Maps. Ich bin... Boah, 19. Ich bin da noch mehr. Ich bin da noch. Ich bin da, ja. Rechts, 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 links, 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 links. Links und rechts und ich seh doch nicht. Geradeaus. Ich bin da. Ich bin da. Nein, der nächste Esu raus. Was ist da? Ich bin da. Violo. Hallo. Hallo. Ist das etwa Marius? Ja. Oh mein Gott. Marius, was war los im Canyon K.O.? Da kam ne Stadion Map. Da kam ne Stadion Map. Und Dirt. Wur Dirt. Und irgendwelchen komischen Sprengen. Hat der das gesehen oder? Nö. Da hätten wir arbeiten. Dann ne Scheißen. Wir fahren seit 19 mit Habtag. Ja, ich seh nix. Ohne wird's durch. Ja, ein Snowman, weißt du? Ohne wird's durch. Ohne wird's durch. Ohne wird's durch. Ohne wird's durch. Hast du nen süßen Panda aufgebaut? Hast du nen süßen Panda aufgebaut? Niklas hat eine schöne Katze. Ja, ich hab die Katze. Ich hab die Bubble Cat. Ich hab einfach ein grünes HD-Stadium-Car. Panda-Car ist viel geiler. Ich hab wohl nen Ice-Part. Ach doch nicht. Ah doch. Warum hab ich kein Stadium-Car hier? Echt ein Stadium-Physics-Where-You-At. Ach. Und Heichmann. Boah, Manuel jetzt heckt das schon wieder der Kleine. Ist so. Ja, ohne Scheiße. Komm, ich- 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 ich bundle ihn jetzt hier. Ja, bundle ihn jetzt hier. Ach man! Ja, geht das? Nein, Mann! Ich bin meiner, die er fesselt zu singen. Och, ich... Nein, der geht... Der ist... Nein, der nervt aber nur. Spanisch 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 Spanisch. Das ist auch super. Oh. Oh. Oh Gott. Marius kennst du eigentlich gern, ne? Was kennst du? Marius, Handtetier, ne? Die Maps? Ähm... Ja, schon im größten Teil. Ja, toll. Ja, toll. Warum darfst du überhaupt mitfahren? Weißt du, so ein... Alter. Er regt das nicht wieder so künstlich auf. Ja. Aber wenn man jede Woche mitfährt, dann kennt man den Aufwand. Ja. Allerdings haben wir den K.O. 7 das letzte Mal wahrscheinlich vor 3-4 Monaten gespielt. Also ist länger her. Ja. Du spielst sie doch sowieso an. Du speicherst ja die Replace. Und dann fährst du gegen die. Wie, Ojo? Hahaha. Nee, ich speichere die Replace vom Finale. Für K.O. 8 schon geht auch welche. Ja, bitte. Harry, die müssen unreleased sein. Was? Ja, die kann's ja neu bauen. Kann's ja mal lösen oder mal releasen. Er hieß RUST. Er hieß RUST. Er hieß RUST. Oder Underfrag. Hehehehe. Er hieß RUST. Oh, ich glaub ich nenn meine nächste ESL-Map echt RUST. Er hieß RUST-er-lobte, ey. Ja, komm, noch nichts vergessen. Er hieß RUST-er-lobte. Ey, was ist mit ESL-Pooler-Pizza? Ja, was ist denn RUST-er-lobte? Das ist ein Lager-Lager-Lager. Das braucht aber nicht. Nein! Das muss Formen annehmen. Fuck, ich muss restarten, nach Respawn. Ja, mach check, Alter, ich bin ELF-er. Ach, das ist Blackfall. Du sollst halt so gelacken. Was ist denn dieser GG-Meister für den Spaß? Das ist auch E-Zom, oder? Ja, das ist E-Zom. E-Zom? Haha. Alle am hacken, weißt du? Top 10 alle am hacken. Ja. Easy. Na, passt auf, weil bis die letzten 10 Maps hier nur noch Stadium sind. Dann wird das mal hier trocken in den Arsch. Da muss du RAPE sein. Harry, Alter. Warum gibt's hier eigentlich keine Team-Maps? Das ist so kackig. Haha. Jawoll! Die Sermap. Nö. Nö. Gibt. Nö. Nö. Die sieht doch gut aus. Was muss denn auch noch beim Handels доступ haben? Doch! Hahahaha. Schreib mir einfach Deutsch. Oh, die Deutsch. Hau, die Deutsch. Ich lande! Oh Gott! Das ist ein Cut! Das ist ein Cut! Darf man cutten? Darf man ein No-Scope machen? Nein, ein No-Scope bitte. Aber wir fahren noch Rust! Ohne... Das ist der Cut des Jahrtausends, ne? Einfach rechts runter! Boah, ich werd so verkacken hier. Wenn man da wenns hoch geht nicht nach rechts fährt, muss man schön den ganzen Tunnel neu fahren. Alter, die Mäppen, ne? Ich hab jetzt schon wieder krebsende Finger gucken. Im Endstadium. Was ist denn da? Das ist fast die Autoscooter, bloß besser. Hauptsache das sind so random Rampen im Tunnel. Ja, wo geht denn hier hin? Wo gehts da lang? Schau mal ohne Witz. Geht dann wieder hoch zum Strass. Boah, Jakob, nein. Was hast du ihm für ne IP geschenkt, Al? Achso, brennen und dann... Ich glaub, es gibt diesmal einen Machen für Spülern. Was hast du ihm für ne IP geschenkt, Al? Was hast du ihm für ne IP geschenkt, Al? Soll er mal reingehen? Ich mag jetzt extra. Sag mal, sie sollen nach Robert schlagen. Robert! Robert! Ne, der, der ausschließt den Tag zu David. Geh ins Teamspeak und verlang nach Robert. David! Geh ins Teamspeak. Ehh, Violo-Matsch-Swag. Ja, der wollte das Passwort haben. Was, Violo? Achso. Den gibt kein Passwort für den nicht. Muss ich am Start einfach rückwärts fahren? Nein. Geradeaus. Was passiert, wenn ich jetzt cutte? Dann wirst du geplained. Geplained? Oh, gute Rap-Scheiße. Dann wirst du gebananert. Dann wirst du erstmal gepeamed schriftlich. Ich muss gepeamed, Junge. Cutte, bitte. Gepeamed. Nein, ich hab nicht gekrebt. Bisschen Bremsen hier jetzt. Was, Bremsen? Wer bremst, verliert. Wer bremst, verliert. Wer bremst, ist länger langsam. Wirklich, Harry. Jetzt kommt die Wahrheit. Jetzt kommt die Wahrheit. Just a Romanian Thing. Ja, weil die gekackert haben. Den letzten Weekly Race habe ich jedes Mal gekappt. Oh. Das hat wahrscheinlich keiner gemerkt. Oh, das auch nicht. Jakob bettet sich nicht. Jakob! Wie Junge! Oder hat er gebackt? Das ist dein Backlick. Oh, überall. 14. Bin ich raus? Ah, ich bin noch drin. Nein! Nein! Jakob, nein! Sag nicht, das war's. War's jetzt der nächste ESU in Reihe? Wer hätte die Volo raushauen können. Wär doch gar nicht, oder? Wär doch gar nicht, oder? Die kann eigentlich nur HZ verziehen. Trotz... Trotzdem erstmal ein Volo will er hier, ne? Ich bin schon ganz klar hier. Ich bin schon ein paar Runden durch rausgeflogen. Ja. Wir halten euch nur den Rücken frei. Wir halten euch nur den Rücken frei. Die Menschen sind schon rausgeflogen. Ja, die Pets sind vernichtet worden. Also ich bin auch drin. Ich flieg jetzt sowas von raus. Ja. So, als wenn schon als ES ne 5 nehmen müssen, dann wär's cool gewesen. So ist ne Medium cool. Und? Ich muss mal Jumper zu gucken. Ja. Ich flieg eh raus, weil das raus ist. Ich flieg eh raus, weil das raus ist. Das raus ist mega gut. Das ist das letzte Track denn, weil ja man weiß nicht wahrscheinlich was die... Die Huren-Sönig müssten denn die Hurensohn-Nadio-Entwickler gewesen sein, um so ein Track nach Geburt von Staben entwickelt zu haben, weißt du? Da kriegst du echt rein. Ey, sag das lieber nicht. Wenn du so 80 Jahre alt bist, dann fährst du das gerne. Wahrscheinlich was schön langsames. Was vermögt denn? Der hat noch ein Dach noch, ne? Alle da waren mal weg. Er fährt gerade aus. Ein kurzer Adress. Ja. Schön, dass du das cool bist. Wenn ich achte, ich bin auf Harsch Island, weil ich mich schon wieder so jung fühle. Wie auf dem LSD-Trip. Wow! Komm, komm. Alter, warte mal. Ja, warte mal. Ich hab' ja... Managed schon ein bisschen... ...ähne. Junge, da warst du noch drin mal. Oder haben wir doch ein PIV? So. Es geht... In... Inside hat keins. So. Sicher? Ja, ich liebe doch gerade. Ja, doch stimmt. Die haben wirklich keinen. Die haben ein Public-Tail. Ich weiß nicht, dieser Reedus-Guy, weißt du? Der ist... äh, gut. Will du Marsch. Guck mal, wie es da ist. Geht direkt der M9823. Ja. Das ist ein richtiger Spacko. Aber ich mag ihn. Er ist cool. Ein cooler Spacko. Der Junge ist immer noch rein jetzt. Ah, der ist nicht so diebrüdiger. Der ist aber zu... David gehen. Der ist aber zu David gehen. Der ist aber zu David gehen. Warte, Moment. Er kann das über glauben, dass es der ist, weil ich auch David heiße. Er weiß das. Ich weiß es auch. Ich weiß es auch. Ja. 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 String ist hinter dir hier. Nein. Okay. Oh, String aus. Ja, String ist kann aber auch nichts. Was? Ja. Okay, stimmt. Also nicht nur Cold. Nee, ich hab auch mal Kopfhänden mit Vince. Kannst doch noch Marius für Tipps fragen. Heißt Jumper. Driftet! Ich getzooord. Ich bin nicht mehr. Wie ist gedriftet am Ende? Wie ist gedriftet am Ende? Bring us out. Tja. Gong girls. Oh Gott! Echt? Eben, Harry ist nicht die Scheiß von dir. Ja. 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 So, jetzt wird das mal hier. Riolo geragt, ey. Oh, Mann. Das kann man nicht. Oh, das ist Wombustfest. Kann man gar nicht. Er baut nichts, was man fahren kann. Ey, hallo. Die hat mindestens schon vorm Ziel vier Turbos, ja? Die kann doch gut sein. Turbos vorm Ziel sind einfach mal so ein... Ja. Ein Anzeichen von... Ja, ein Anzeichen mit richtig gutem Map. Lover-Style vielleicht sogar. Also, ich hätte hier laufen nichts, aber dann verstehe ich die Welt nicht. Okay, hier kann man FS fahren. Dann muss den Steelcasts essen. Das buggt wahrscheinlich gleich gar nicht. Ne, das ist alles perfekt kalkuliert. War eigentlich hier von der ESL Dirt Premiership ne Mapper, wurde nicht genommen. Ja. Ey, jetzt ist wieder Turbo geil. Oh, mein Gott. Das ist doch nice, weil man schön dagegen... Mal Respawn testen. Wie weit man mit dem Respawn kommt. Oh, der kommt wieder auf die Straße. Gut, passt. War bang, war bang. War bang. War bang. Ich glaube, das ist sogar besser für mich, wenn ich an dem CP respawn, als ich es selbst versuche. Ich werde überschlagen. Deswegen habe ich selbst das Fleisch schlau, oder? Ja. Ich glaube, diese letzte Kurve muss mal in fahren. Die letzte Kurve? Ja, die letzte Kurve in und runter, denke ich, und diese letzte rechts dann. Face it, Alter. Achtung, MLG-Shot. Piu! Hab dein Hitmarker gesehen? Ich hab ihn gesehen. Oh, Gado hat das beste Math. Nein, die Womba ist für den besten Math. Best Math. Was dachten? What do you think? Slim Shitty. Slim Shitty. Slim Shitty. Schitty. Ich mein vor Harry und vor Alp. Hallo? Ich konnte noch mit dem Train mit Sascha 2, ja? Ja, und Bomben, ja. Ich bin wenigstens von Harry. Ich bin wenigstens von Harry. Es macht aber Spaß hier. Muffinspotter hin. Oh nein. Wolltest du nicht antren? Ich wollte Wallbang machen. Nur habe ich kurz vor dem Scheiß Bandenstücken backen bekommen mit hochgefahren. Aber alle sind unter Kontrolle in der Ofter geworden. Das ist ein Bieter-Jungs. Ja, Drake. Hä? Vermietst du jetzt richtig hin? Harry, verzeihst du wenigstens auf der Waffe? Schaß. Wolltest du wissen? Expo war es da. Ja, scheiße. Ob das die Metra Mario ist? Ja, die ist von einem Kumpel. Von Shane. Nein. Autor Mario ist meiner. Hübt mich nicht an. Shady. Eins, 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 eins. Der Dig von Jumper ging alles raus, ey. Würde nicht fahren. Die Camps gehen einfach mal durch den Berg hier. Zero out of ten. So sahen meine Messer früher auch aus. Der Mario sagt einfach nur, dass es von denen ist, damit das nicht zu peinlich ist. Ohne. Der Shane-Tunnel. Boom. Boah, der hat schon einen Booster. Keine nur Booster. Echt mal. Aber wo sind die 10 Booster vor dem Ziel? Dann ist es eine gute Map. Dann könnte es eine ESL-Map werden. Ja, das ist ein bisschen. Aber auch nur dann. Jawoll. Ja, haupt's auf den Engine-Killer. Free Willy, man. Oh, brech die Beine. Nein. Free Hung Lee. Hey, guck dir mal die Booster an. Das ist echt Booster. Oh, ein Revious-Boost, das geht doch nicht. Echt mal. Ja. Ja, VB. Der macht den... Der Engine-Killer ist sehr lang, also gar nicht crashen die Booster. Zeit-Camp-Change, Alter. Was ist das denn für ein Mongo? Ohne Scheiß, ich... Ne. Ohne Camp-Change kannst du das nicht. Nee, kann er nicht cutten. Davon ist der CP. Fuck. Mal weg zum letzten... Zum Ziel üben. Ich muss das. Hallo, ich muss den Weg zum Ziel üben. Ja, Gadu macht erstmal Cut. Ja. Ich muss trotzdem den Weg zum Ziel üben. Erst als Loopings braucht man keinen Camp-Change. Das war keine Map. Dann macht Jakob-Map. Ja. Wir wollen alle T-Mix-Rekorder. Echt? Echt mal, Harry? Da ist dir die Muffins ausgegangen und... Stabile Seiten lag doch nicht. Gearscht. Also ich hab jetzt meinen Text schon eingegeben. Ja, ich mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Ich hab da auch. Ich hab da auch. Ich hab da auch. Violo, Mann. Ich hab da auch. Das ist der Violo. Das ist der Violo. Ich hab da auch. Mach mal. Halt dein Maul Konzentration. Konzentrat. Hala, ich hab so ein bisschen Lacks, ey. Like me, Roslav. Ja, aber ich hab Weintchen. Like me. So und mir, Roslav. Wir sind zwar eben deutschen Teamspeaker. Du brauchst nicht Bordstaben backen. Och, Violo. Hat er gefehlt? Nein. Oh nein. Das kann ich nicht angehen. Ich glaub ich bin raus. Kommt noch auf die Sprung da. Wenn da jemand fresht, ist er weg. Violo ist ein bisschen langsam. Ja, ich bin nicht mein Loop. Alter, guckt mal wo ich gleich bin. Habt ihr denn der SatPro gesehen auf Platz 5? Ich glaub das war ich, oder? Oh, da ist noch Pene los. Da ist der zum Loop. Ist der schneller als ich? Nein. Aber der ist ja gut. Heißt der Pene. Wie heißt der denn? Penele. 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 Gege Penis. Penele. Penele. Ich hab gleich da einen Kockbier. Oh, really, man? Kockbier. Nöp. Nöp. Ist aber echt cool. Really? Alter jetzt wird's MLG. Mit Rallye. Was wohle? Ich hab's denn den Cut transportiert hier vorne. Bei den Huppel. Ja. Bot Wheels. Bot Wheels. jetzt erstmal schöner liefern ja hauptsächlich vom stürmer werden hast den baum nicht gesehen an derweilen die baumstimme vom baum ne du musst auf diese schräge runter nicht da oben zum ziel springen die auch hochgesprungen da auch passiert dass ich abdruck bin das sagt er jetzt einfach so weil er einfach so Gruppenzwang in der Wildkeit ist er richtig gesprungen guck mal hey please komm ja short ist so da alle seien es falsch außer Frostbühne echt wahr it's all a lie ja guck mal Papa wollte den nächsten baum fällen wo muss man denn jetzt am Start gehen das hab ich immer noch nicht nehmt es dann mit dem Huppel nach rechts auf diese Art Rallye gehört ich denke ah katt unter Wasserbahn hier hier Gado hier alle hier hier Der Berge ist, das ist fertig. Alter. Nee, jetzt lasst du den Muffin nicht, dass du so zusammenkommst. Waaah? Alter Maul, wenn du rauskommst, ich will schon Muffin machen. Ich will den Muffin heute Nacht noch jaben, da hast du noch ein bisschen Zeit. Da wäckst du eben, wäckst du, dann fährst du eben hier vorbei. Ich bin schon erstmal gegen den Zaun gefahren hier. Gibt's kein Muffin? Kein Muffin zu hell liegen. RIP. Ich hab nen Bug auf der geraden Grasfläche bekommen. Uah, Rafa sieht nicht so gut. Alle Maul. Okay. Konzentration. Hey hallo, ich bin noch letzter. Nein, Shady ist unterwegs. Ja. Ich bin Shady. Genau, Shady ist Ding, das ist Schwarz. Ja. Lass dich vor Schwarz, okay? Schwarz. Was? Hm. Wie können die denn schon stehen da Hicke? Man kann durchs Wasser. Fahrt durchs Wasser, ne? Nicht über die Brücke, das ist schneller. Gado, bitte ey. Ja, ich war letzter, oder? Ich war letzter. Achso. Hahaha. Das war knapp, hab ich nicht mehr gesehen. Was war los? Ich ruf gleich Riolo und Skypern an. Mach mal rein. Was ist das denn? Oh, Jumper ist wieder rein. Ja, ich bin drin. Ja, ich bin drin. Tuna Run, ey. Ich liebe Tuna. Ja, oder? Das sieht doch aus, die Maps sind da aus. Achso. Das ist nur leicht verstrahlt. Gott, ey. Es wird nur so genannt, weil Öl da drunter Wasser ist ja ganz viel zu sehen. Ah, hast ne Angel dabei? Haha. Tja, man kann so aussteigen. Ja. Also, jeder hat den Scheißpfeuer... Ach, der 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 hat den Scheißpfeuer... Wohlang? Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Ja, du bist falsch gefahren... Der M per gefährlichsten Job-Alernstatt. Oh, was geht denn mit? Job-Apid-Stypfeu, der wird den Längern umgehellen. Er fährt immer anders durch die Alern. Ja... Die Alern fallen alle nach rechts, der fällt dran aus. Da sind sie noch nix gefahren, ich weiß nicht, du denkst. Ach nee. Ich glaube, ich rufe vielleicht mal Regulmann so 3-4 Runden. So mitten in der Runde. Ja. Wo läuft das denn? Dem Mann. Urlaub. 6 Minuten. Danach kommt der Ding ins Fang des Lebens und der gefährlichste Job erlaubt hat. Kann nicht so gefährlich sein. Wenn sie mir noch was von zeigen können. Ist auch nicht so gefährlich, weil der Ding im Sinn sind und andere Dinge. Henry, Maske hat doch nicht mehr geboxt, Mann. Nächste Woche genau so wenig, weil dann wieder aufgeben. Hab ich schon. Jetzt Stu gewinnt eh alles. Ich flieg raus, ich muss mich jetzt supporten und anfreuen. Nein, nein, außer. Außer Fisch bekämpft gegen Werder. Ja, die müssen jetzt bitte supporten. Das wäre so gut, wenn ich einfach Riolo anrufe und einfach so ein Gamepad nicht mehr funktioniert. Ja, wenn's doch Alex, lass uns doch machen. Nein, Alter. Doch, das muss ich dann machen. Jetzt sind wir nicht so auf Riolo Seite. Ja. Und auch Hauptsache Riolo fährt falsch. War Anfang zum City. Nein, Cato, was machst du? Nein! Batman Speed! Ja! Ich ru... Ich ru... Soll ich Riolo anrufen? Ja! Ich ru... Ich ru... Ich ru... Ich ru... Ich ru... Ich ru... Oh, Harry Pitche! Harry! Harry! Das war ungefähr der schlimmste Weg, wie du Lose Yourself schreiben konntest. Ich ru... Ich ru... Ich ru... Ich ru... Ja, außer D hier. Ja, Schorsch. Stimmt, Schorsch ist noch drin. Nee, Schorsch ist schon draußen. Ach ja, stimmt, der ist ja raus. Ist ja so ein Lied. Ich bin ein netter Ethan, ne? Ja. Spürst du den Druck? Ja. Du musst mir zugucken. Ich weiß, wenn man nicht wusste, wenn man they or they are schreiben muss. Das ist ein Diary. Ey, du weißt nie. Rihonen weißt, nein. Rihonen. Mit DJ Gollum. Mit DJ Gollum. Oh. DJ Gollum ruft wieder bei Silvesterstadion an. Ja, ja. Gucken wir mal noch. Ah, das ist eh doch gerade auf online. Mal gucken, was man da so im Finale machen kann. Das minimiert sich halt echt, ne? Das minimiert sich auch. Was macht denn HD oder da? Ah, ja, ja, ja. Oh. Ich bin jetzt rausgeschreibe mit Arielle. Mach den Barrios. Mach den Barrios. Cocky für uns. Arielle. Cocky vor Arielle. Guck, er lernt. Armstrong fällt gar nicht mit heute. Aber mein Favorit, Vincent Vega, ist noch drin. Aber Violo ist auch noch am Stüffel. Ah, Violo, ey. Noch, ja. Wurde ja noch nicht angerufen. Ich glaub, du musst ihn gleich anrufen. Ey, es wäre so gut, wenn sein Joystick nicht mehr funktionieren wird danach. Ruf ihn an, ich bin letzter. Oh. Ach. Er ist ja erster, das bringt ja jetzt nix. Aber er ist noch am Letzter. Nein, Gado ist gleich Letzter. Der Maul, Gado, lass mich vor. Überweil jetzt ein Volk. Ey, Vincent Vega ist auch langsam unterwegs. Vincent, gib Gas, Gas, Jugo, Gas. Was? Ja! Du hast... Nein, Gado, was war das denn? Nein, Gado, Lu. Warum machst du nen taktischen Respawn? Ich bin jetzt Wasser geflickt. Ja, ja, hier. Stall Order! Stall Order! Aus. Es war schön wie Rage quittet. Der ist da eh. Und da ist er wieder. Jetzt kommt ne Stadion Map, ey, force me please. Ich hab nen Disconnect gehabt eben. Komm mal scharf, ich bin dann dritter. Er hat auch schon mal geflitten. Ja. Komm mal scharf, ich bin dann dritter. Und, oh. Komm mal scharf, ich bin dann dritter. Komm mal dritter mal an. Oh. Ich hab' einen Kopfball bitte. Ich hab' einen Kopfball in den Kopf. Ich hab' einen Kopfball in den Kopf. Ja. Und da ist ja gestreut. Was ist denn das für ein Auto? Ja, Ewe. Ewe. Ewe Kneevel. man kann es ja mal versuchen oder nein viola fliegt raus hier mario ist auch hier gar nicht mal so gut unterwegs zum qualifieren ich glaube ob das die reifen noch nicht auf temperatur hier was sagen sie dazu da heiko water los alf kommentieren wenn er noch mal so gewagten sprung macht ich glaube da bricht die radaufhängung vorneweg mein ziel ist ja in den in den aufe rein zu fahren damit seine reifen kaputt gehen das ist ihr gewagtes ziel aber ich sehe schon erfährt länger als heißt er hat der abgenutzte reifen das könnte der vorteil sein die mehrjungfrau wie heißt die mutter von nikki lauder ja daniel dann ist nicht da und dafür bin ich heute das problem ist ich habe nicht mehr so schlecht so schlimme shirts hier im schrank die echt so schlimm aussieht wie seine shirts ja dann ist da bist du keine Aber guck dir mal hier vorne an die Ausreißergruppe mit Marius, Vincent Weger, Violo und Aurel die Meerjungfrau. Oh Marius eckt da ein bisschen an. Ist jetzt ziemlich langsam. Kann er das halten? Oh, Violo wird langsam. Motorprobleme. Da werden sie alle langsam hier, Violo. Und Vincent Weger fährt eben noch einen neuen Rekord. Und Anthony Uccia hier. Schaut leider aus. Nee, doch nicht. Es ist... Top. Good job. Top, Top. Jetzt ne Runde A1, ey. Würde ich feiern. Jetzt ne Runde A0 Nations ESWC. Das würd ich feiern. Da soll der Klicker jetzt auch noch machen. Der wird zwar ein Kaya. Das sieht sogar schon mal fahrbar aus hier. Ja, merkst du die Form. 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 Unge пользigt diesmal. Chmisch mich schnack. Sie havens Kräун unter. Harf ich nicht gestärkt. Auch halt da! Das ist ein Typ. Instead, aukeln. Dann kam der Rumänien-Auto aus dem Kanzel-Dankenswagen für die Danach von Reef & Sky Da bleibt ein Rumänien-Auto. Und gehört das? Der muss gewinnen Oh, Aurel! Anecker! Huge Mistake! Oh, du würdest... Huge Mistake! Nein, ich gucke Mistake Ja, Halkogens Mistake Er hat eigentlich gewonnen Bei? Bei was denn? Bei, ähm, Frostkeulis-Wiki-Face Ich glaube, Omnipodge, oder? Ich glaube nur, ich guck mal Was, wer heute da gewonnen hat? Ja, Omnipodge Omnipodge Ich guck mal hier kurz hier, um Violo anzufeuern Ja, feiert mich mal lieber an, weißt du? Ey, schau dir doch zu, ne? Dead Behaviour, Alter So ne Franchise Mal gucken, wer den ersten Huge Mistake macht Alter, wer ist denn der Grüne da? Halt, wer den? Die Sky einfach mal durchgefräst ist am Ende Dann gucken wir uns das an, was Headram hier macht, das ist unpassbar. Huge Mistake. Das Ohr, noch ein größerer Mistake hier. Kann das sein, dass Mitsu, was ist mit dem, weil der eine da schreibt die G-Mitsu? Keine Ahnung. Hauptsache Gado, huge Mistake. Ich glaub irgendwie Diggory. Ich glaub irgendwie Diggory. Diggory. Oh, schon wieder Rallye oben. Hey, das war gar nicht zu bestehlen, Diggory. Echt? Ja. Rust. Oh mein Gott, jetzt fliege ich auch mal raus. Ja, ich hab's nicht gelockt. Ein paar Leute. 12. Absolut noch. Endlich. Erstmal korrigieren. Rust. Ich glaub er meinte, Rust ist für Leute, die Ball haben. Riolo, huge Mistake. Ravioli da. Ravioli. Ravioli. Wir gucken so auf einmal, er springt, landet und Wurm voll weg. Hehehehe. Beziehungsweise war kein Bug. Malte, huge Mistake. Turbos vorm Ziel! Echt? Wir müssen gegenbooster. 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 Das wär mal ne geilste Frau, ey. Die Map-Person 9 out of 11. Mach doch einfach mal, ey. Komm viel zu wenige Marius-Maps. Das wird dann passieren. Wenn wir Top-5 sind, kommt dann gleich 4-Maps hintereinander. Das hat man schon mal. Du musst dann 4 mal skippen. E-Kill. Komm. Die gleiche haben wir übrigens auch bei dem Team 2 Chaos mit meinen Maps. Ich glaub bei den Team-Maps bei euch nennen sie einfach Rust 1, 2, 3, 4. Mach die Situation bitte. Oh ne Scheiß jetzt. Ja bitte sei mal leise. Jumper, du musst dich konsentieren. Ja. Oh, Riolo gleich in der Führung. Der macht noch n huge Mistake. Ja. Oder auch nicht. Oder wird angerufen. Die Möglichkeit besteht auch noch. 100% Riolo hat nen Grippack. Marius übrigens auch, hast seh ich. Oh, doch nicht. Hat er doch nicht. Er ist grad geslidet. War aber knapp. Oh mein Gott. Das ist schon mal hier. Das ist schon mal hier. Oh, Riolo ist voll. Bitt for Jabba. LOL DUO Ist das ne DUO Matt? Ehe ja Mit wem? Simki von CMC Doch Ja, hier ist Muffin was ganz besonderes von mir Hab ich überhaupt nen Muffin bekommen? Ne, wenn du jetzt ausschaltest, ne He, Gado ist schon längst raus Ne, den... ich darf keine Muffin vergeben Ja, Hauptsache Mario kennt die ganzen Maps, Junge Ja, das ist meine Ja, ich weiß, aber ich find das alles klar Ooooooh Komm, Jumperf ist auch OOOH HUGE MISTAKE Von wem? Von wem? Von Marius Riolu Oh man, der Fatty Tube Das ist doch ein Looping, ne? Ja, ich weiß Ja, ich fette erstmal unten auf dem Buch Was darfst du denn auch ansehen? Ich war mit 1 Ja, ich guck dir auch mit 1 zu Du guck Cam 7 zu? Nein Könnte auch sein, deswegen bin ich auch immer auf der Rallye, auf der Coastmob ausgestiegen, weil ich auch auf Cam 7 geguckt hab einfach Weil es hat mein Standardcam, damit ich eigentlich immer fahre Weil mit Gamepad fahren, plus damit der Cam 7 hinterher gehen, das ist schon nicht einfach Wolle, du musst einfach mal das Gamepad bedienen, die Tastatur und dann noch die Maus Wer schaut aus? Wer guckt das? Wer guckt das? Schöne Geschenke? Ja Just ein Programm Ding Ob das Marius nicht erster ist? Ja Hocko Lick 3D, Violo ist er erst da Ah, Violo, huge mistake Ja Ja Ich glaub der ist besoffen Hallo Geh bitte ans Handy, da hat er eine SMS bekommen Bitte antworte mir, bitte antworte mir, ich hab dir geschrieben Ja Lick 3D, ich ignorier ich habe, ich schreib auch immer zurück HAKH Lick 3D GMI Ja, kommt der neuer Rekord Der CT meint das noch Ja Dann Ich fight den gleich auch mal hier, ey. Liegt wie in Ruhe. Liegt wie in Ruhe. Liegt wie in Ruhe. Liegt wie in Ruhe. Hey. Damit hier ein Mieso zeigen kann, was er kann. Ist doch irgendjemand drin aus dem TS? Nein. Doch, du. Doch, Marius ist drin. Ja, außer mir nicht so. Mein Finger ist drin. Im Ohr. Im Arsch. Hier weiter und hier noch fragt, ob wir noch drin sind. Das ist ja sonst immer so ein Harry-Moment. Oh du bist. Seid ihr noch vor mir? Ah ne, ich bin der Erster. Much Disrespect. Sans, Chocolat. Alter, was war denn da? Da zeig ich, dass Marius hier einfach mal across the map springen muss. Marius. Boah, jetzt muss ich diesen. Das hat Vergetretter erstmal Flame. Na ja, die Begründe brauchen wir so gut. Das ist erst bei Face. Hallo, kannst du eine andere gute Begründung geben? L'Oreal Paris. L'Oreal Paris. L'Oreal Paris. L'Oreal Paris. L'Oreal Paris. Das ESA hat mit mir geredet eben. Stumm, nicht stumm. Auf Bagettisch. Auf Bagettisch. Auf Bagettisch. L'Oreal Paris. L'Oreal Paris. L'Oreal Paris. L'Oreal Paris. Wo ist Marius? Da. Und endlich bist du gar nicht rausgeflogen hier. Marius geht weg, Alter. Jetzt waren wir hier am Hasieren. Oh, hier Aurel die Meerjungfrau. 1v1 Rust gerade hier am Start. Ne. Marius krass verkackt. Jetzt nicht. Ich selbst noch. Guck dir an hier. Miso. Oh, Miso. Miso soll Snowdriver sein. Ist er? Ja, richtig schlecht von ihm hier. Die Performance. Ich bin der M90. Guys. Like seriously. Gott. Alf. L'Oreal Paris. Oh, L'Oreal Paris. Überspielen. L'Oreal Paris. Vioru. Wobei wir sagen, Vioru ist auch ein guter Name. Ey, pass ein sicker Loop am Start direkt. L'Oreal Paris. Das ist ein long Tootsie. Trotzdem ein guter Loop. Boah. Der war richtig flach. Der lockt Baguette. Ich sag doch. Ab 12 Uhr. Da gibt es gar nichts mehr. Da fallen alle raus. Was ist das denn? Ja. Ja. So Glück fahr ich nicht mehr mit. Ja. 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 Alter, so ne Tube anfahrt. Die bräuchst du in Trackmania auch im Stadium auch. Ich baue mich auf ESL Rust ein. Ich baue mich auf ESL Rust ein. Auf ESL Rust wird mir der Turm von Rust nachgebaut. Wo bleibt denn noch mit dem Boss denn? Als Screenshot kommt dann einfach... Oh. 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 Was? Ja. Mit... Mit K. Mit K. Mit K. Reingemotoshott. Ne reingemotoshott. Ne reingemotoshott. Ne wir lassen einfach nochmal den Screenshot machen. Hallo, wie geht's dir Gado? Geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Bist du in Druck? Ja. Wahrscheinlich spürt er nicht mehr in Druck, aber garantiert wird Kacken. Oh, ich war heute Kacken. Ich geh jetzt einfach nicht. Gönnt euch. Ich geh nicht mehr Kacken, Kacken wird überwertet. Ja, ich hab die Launching noch einmal im Monat gemacht. Faultiere. Einmal die Woche vom Baum. Haufen legen und dann wieder rauf. Wie? Runter gehen und dann wieder rauf. Einmal von oben. Drop it like it's hot. Hier ist schon mal einen Haufen setzen. Drop it like it's hot. Gefeet markieren und so. Da war sich Marius nicht sicher, als ob er's hier riskieren soll. Da hat er wieder geschmächelt. Jetzt hier wieder die krasse Rust-Doop-Einfahrt hier. Jimmy Hendricks ist immer so weit. Dein fucking Herz. Der vorher hier vor Marius rat Anthony Bode. Der Alles-Esser. Der hatte in Leipzig mal ein Konzert gemacht. Genau an meinem Geburtstag. Der hatte in Leipzig mal ein Konzert gemacht. Genau an meinem Geburtstag. Der hat in Leipzig mal ein Konzert gemacht. Du bist hier mit Marius. Der hat in Leipzig mal ein Konzert gemacht. Genau an meinem Geburtstag. Das ist genau. Der war noch ein bisschen cleverer. Ja. Mach dir immer. Mach dir immer. Mach dir immer. Mann ist so nett, Alter. Was? Stay strong. Rieure schon so ein bisschen Arsch. Der jetzt kommt einfach von einem. Ahaha. Der wird in Leipzig mal ein bisschen mitgebracht. Der wird nicht mal ein bisschen. Ja, springer. Im Walsch! Da bin ich deine Hände drauf. Haha. Pfalte Arsch! Wir haben die Trenge auf derern. Jauuuu! Immer wenn du Riode sagst, musst du nicht Riode sagen, sondern... Irgendwas anderes. Irgendwas mit Riode anfängt, dann über die Tasten drücken. Riode 2, ey. Ich hab das jetzt das Ende von Jimmy Henry. Oder doch von Riode Reiser hier. Schau Trug, ey. Schau Trug. Oder wird es am Ende für Aurel Mann zu 1 sein? Ich dachte Aurel die Meerjungfrau. Ich glaube das ist das Ende von Jimmy Henricks. Jimmy Henricks. Wo ist Lance Armstrong? Hat er hier gewählt? Nee, Lance war nicht da. Hat einen Hungerast gehabt, deswegen konnte er nicht kommen. Oh, der ist Anthony Hopkins. Nein, Anthony Bode. Und Kami Hami H ist auch noch drin. Oh Mann. Das sieht doch nicht gut aus für Levi. Das sieht doch nicht gut aus für... ... 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